Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Polsterschaumreiniger entfernt fasertief selbst hartnäckige Flecken aus Polstern, Teppichen und anderen Geweben. Hier finden sich häufig Verschmutzung, Wasserränder und Staub, die sich aus dem Inneren nach außen arbeiten. Der Sonax Polsterschaumreiniger wird einfach aufgesprüht und mit der Sonax Textil- und Lederbürste zum Schäumen gebracht. Wichtig dabei ist, dass man den ganzen Sitz abarbeitet, sonst bilden sich die Ränder da wieder, wo man aufgehört hat. Keine Angst vor Feuchtigkeit, man muss es anschließend nur ordentlich trocknen lassen. Der Sonax Polsterreiniger frischt die Farben auf, hinterlässt keine Schmutzränder und lässt sich mühelos absaugen. Die Polster sind danach vor Wiederverschmutzung geschützt. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflifall Vielen Dank.